Dann wird plötzlich Psychisches wie Medizinisches behandelt und dann gibt es plötzlich ursächliche Phänomene und Sie finden in der Psyche nichts ursächliches, Sie finden in der Zusammenhänge, Sie können zwei Kinder... Sie werden diese Phänomene zur Psychotherapie aufgezwungen, dass sie sich als Wissenschaft darstellen soll, was sie auch nicht sein kann. Psychotherapeuten, da muss ich die Frage stellen, warum es die gibt, die gibt es, seit unsere Gesellschaft so individualisiert ist, dass man eben nicht mehr klassifikatorisch vorgehen kann und dass es Spezialisten für den Umgang mit den vagen Dingen, mit den wunderbaren Dingen... ...und dann gibt es ein bisschen zu...